Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Im GNTM-Finale gesungen, Heidi Klum fand es nicht perfekt. Am vergangenen Donnerstag flimmerte das große Finale von Germany's Next Top Model über die TV-Bildschirme. Neben einer Performance von Maneskin, dem Musik-Eck des Abends, griff auch Heidi Klum, 48, selbst zum Mikrofon und gab eine Live-Version ihres Opner-Songs Chai Tea with Heidi zum Besten samt Klavierbegleitung durch ihren Ehemann Tom Kaulitz, 32. Doch die Gesangseinlage spaltete die Gemüter. Im Netz meldet sich Heidi nun zu Wort. Via Instagram teilte die 48-Jährige jetzt ein Video, auf dem ihre Performance noch einmal zu sehen ist. Dieser Live-Auftritt war ein großer Schritt außerhalb meiner Komfortzone. Und obwohl ich keine Sängerin bin und ich weiß, dass ich nicht perfekt geklungen habe, bin ich stolz auf mich, schrieb sie unter dem Clip. Dabei merkte die Bergisch-Gladbacherin an, dass es sie eine Menge Überwindung gekostet habe, vor einem so großen Publikum zu singen. Hey guys, this is Gunsch, subscribe to our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.